DOS KEDAAAOOOOO HALT'S MAUL Was geht was geht? Lange hat es gedauert? Ich bin zurück. Willkommen zum nächsten Video. Stalash? Stalash, bist du die erste? Knossies Ihr habt euch bestimmt schon gefragt, wie der perfekte Tornado aussieht. Oh, 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 nee. Doch, doch, das ist gut. Da gibt es jemanden, der die Rock große Konkurrenz macht. Das ist es. MC-Kalek fragt, nervt es dich, wenn Phil superlaut rumraged? Wenn ich so richtig schreie. Ja. Nervt dich das? Ja. Echt? Ja. Aber du sagst ja niemals. Nee. Ist ja nicht oft. Du bist ein Rundenspiel. Keine Irre. Raft dich mal. Warum ich hier spawne, frage ich. Jetzt hau ich dir gleich in die Fresse da oben. Ja. Wo ist meine Level-Absammlung? Wo ist meine Level-Absammlung? Zeigt drauf, wenn ihr meine Level-Absammlung sehen könnt. Nur noch bis diesen Montag gilt die 2 für 1 Aktion bei Level-Up. Also schlag zu. Hättest du mich geboxt, ich hätte dich zurückgeboxt. Oh. Hä? Schlag, Freund. Schmeckt schon wieder. Chad, ich habe kein Alkohol getrinken. Ich überleg mit dem Saufen aufzuhören. Digger. Rückfass. Ah, hallo. Ich hasse mein Leben, Digger. Digger, Juke fährt nie wieder. Ich habe mich gebunden. Nee, alles gut. Hier ist keiner. Alter, das war ja ein Egliger. Ja, es sind alle markiert. Ich habe alle markiert. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Wenn ich jetzt sterbe, ne? Ah, wo ist er? Ja, 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 ja. Chris, guck mal, was ich jetzt mache hier. Boah. Boah. Ups. Nein. Chris, guck mal, was ich jetzt mache hier. Weißt du, was meine aufbauenden Worte... Oh mein. Lalalala, ich seh dich nicht. Egal. Und dazu Drill jetzt. Weißt du, was ich euch gesagt haben, wie du das Video gefallen hast. Lasst gerne... Daumen nach oben und ein Abo da. Was geht raus? Oh mein Gott. Gänsehaut haben wir an. Darum ja eine Gänsehaut. Musik Musik